Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Talk am Mittwoch mit Emre Berg. Was erwartet Sie in der Sendung Talk am Mittwoch? Alle 14 Tage spannende Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Einige Worte zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier am Mikrofon zu tun haben. Mein Name ist Emre Berg. Ich bin gebürtiger Hanauer mit türkischen Wurzeln, aufgewachsen im schönen Bruchkirbel, von Haus aus Politikwissenschaftler und hauptberuflich tätig in der Gesellschaft für Kultur und Bildung KUBI in Frankfurt. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist erfolgreicher Unternehmer, Geschäftsführer der Firma Frame Media und hat bereits zahlreiche Unternehmen in Hanau und Rhein-Main videografisch begleitet. Herr René Ranisch. Schönen guten Abend, Herr Berg. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Abend, Herr Ranisch. Schön, dass Sie heute Abend bei mir zu Gast sind. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Aber sehr gerne. Herr Ranisch, Sie haben einen bemerkenswerten und ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Ursprünglich haben Sie eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert, einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Wie ist der Wechsel in die Film- und Medienbranche erfolgt? Ja, vorab. Ich habe mehrere Jahre dort gearbeitet. Also ich habe zehn Jahre festangestellt dort gearbeitet und habe während der Vollzeit das Unternehmen aufgebaut, so gesagt. Von klein auf. Oh, das war bestimmt ziemlich herausfordernd. Ja, Sie stellen sich so vor, nach einem Acht-Stunden-Tag, Entschuldigung, abends noch meistens zwei, drei Stunden drangehängt, ohne zu wissen, was halt daraus wird. Und das war so eher so die Herausforderung. Weil in der Regel macht man ja was und ja, mit einem Ziel dahinter. Ich hatte absolut kein Ziel, keinen Plan. Tatsächlich? Also absolut planlos. Ich habe da nicht mal wirklich dran geglaubt, sehr lange. Und ja, aber dann über die Jahre hatte ich das langsam und langsam entwickelt. Immer größer geworden. Also für mich hat dann irgendwann nur noch gezählt, ein Ziel und das irgendwie erreichen zu können. Einfach aus diesem Hamsterrad raus. Aber keine Ahnung, ob in 50 Jahren oder in fünf Jahren. Ja. Also das ist jetzt tatsächlich interessant. Sie haben tatsächlich beruflich das zweite Standbein aufgebaut, ohne das zum Ziel zu haben, das hauptberuflich irgendwann ausüben zu können. Also ich sage Ihnen offen und ehrlich, ich habe damals mir eine Kamera zugelegt vom Mediamarkt für 300 DM, glaube ich damals, oder Euro. Also es war einfach, ich hatte nicht mal einen Hintergrund. Ich fand die Sache einfach cool und ja, dann einfach halt gemacht, gemacht, gemacht und angefangen hat die ganze Geschichte mit der DJ- und Hip-Hop-Branche, so ein bisschen. Weil ich mich halt früher gefragt habe, wie können Künstler Musikvideos drehen oder wo haben die das Budget her, weil Musikvideos waren früher sehr, sehr teuer. Also im Gegensatz zu heute auch noch, aber die Technik hat sich halt sehr verändert. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich versuche es einfach mal alleine, weil es im Endeffekt aufnehmen, schneiden und das Kreative kann man halt eh nicht kaufen. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht. Und ja. Tatsächlich, also wie haben Sie das Handwerk erlernt? Also jetzt, wo Sie doch sehr professionell vorgehen und vielerlei Branchen und unterschiedliche Kunden bedienen, wie können Sie, wie haben Sie das Handwerk tatsächlich erlernt, um zu sagen, okay, das ist jetzt meine Profession? Also das ist eigentlich wie Fahrradfahren. Das ist mal so ein vergleichbares Beispiel zu nennen. Fahrradfahren kann man auch nicht irgendwie aus dem Buch lesen oder lernen oder in der Schule. Das macht man, fällt halt so oft hin, macht es aber trotzdem weiter. Und irgendwann kann man es halt. So, also, jetzt war es halt sehr kurz gefasst. Also ich habe mich halt sehr intensiv damit beschäftigt, mit Büchern und einfach viel Learning by Doing. Habe mich halt gefragt, wenn ich die Kamera so einstelle, warum ist das unscharf? Warum ist es da verwackelt? Was macht die Qualität? Warum ist Licht wichtig? Also einfach alles in Frage gestellt. Heutzutage ist es ja so, wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Arzt gehen, Sie stellen sich in Frage, kann der das überhaupt? Und ich habe es halt so gemacht. Ich habe alles in Frage gestellt und wollte halt wissen, warum ist das so? Warum sieht das so aus? Wie kriege ich das besser? Und ich sage Ihnen ehrlich, es war eine totale Katastrophe am Anfang. Also, und dadurch ist es halt irgendwann, es hat sehr lange gedauert, bis ich auf dem Stand war, der ansatzweise gut war. Weil früher war das halt mit dem Internet noch nicht so, dass man da irgendwie was googeln konnte. Also wir hatten Internet, aber da hat halt eine Seite irgendwie zehn Minuten geladen, damals zu der Zeit. Das waren noch die Modem-Zeiten. Ja, genau, genau. Und dann halt einfach probiert. Und irgendwann hat das halt so ein bisschen Fuß gefasst, wie vorhin schon erwähnt, in der Hip-Hop-Branche, in der DJ-Branche. Früher war ich halt sehr, sehr viel unterwegs in den Bereichen. Und dann habe ich halt irgendwann viel halt auch von den DJs gesehen an Videos oder irgendwie Bilder und Content für YouTube damals. Damals gab es noch kein Facebook oder Instagram ähnliches. Und dann habe ich halt irgendwann einfach mal DJs angesprochen und habe gesagt, hör zu, ich kannte es sehr gut. Ich konnte es aber gar nicht. Ich habe mich einfach aus dem Fenster gelehnt und habe halt gesagt, hör zu, ich bin auch da aus der Stadt, woher du bist. Oder ich bin oft da in der und der Diskothek unterwegs. Wie sieht es aus? Lass doch ein bisschen was für deine Karriere drehen. Und dafür komme ich halt einfach immer mit. Und also meine Gage war eigentlich die Party. Das ist ja auch schon immer immateriell, aber in der Tat. Ja, ich war halt sehr jung. Also ich war gerade 18 geworden oder so. Gut, in dem Alter ist eine Party tatsächlich fast wertvoller als Geld. Ja, richtig. Und hatten Sie einen Mentor zu irgendeinem Zeitpunkt, der Sie... Also damals zu der Zeit hatte ich, wenn ich ehrlich bin, eine Person, die da dran geglaubt hat. Und er war nicht mehr direkt von der Familie, er war halt eine außenstehende Person. Heute eins meiner besten Freunde. Und damals halt wurde halt darüber nur gelacht. Also die ganzen Jahre wurde halt nicht wirklich gelacht, aber einfach so halt, der macht Fotos und Video, okay. Also das war es halt so. Also ohne irgendwie Hintergrund oder Zukunft. Und ja, bis auf die eine Person, die hat damals schon gesagt, mach das nochmal zwei, drei Jahre, dann bau dir dein Unternehmen auf. Ich habe halt immer darüber gelacht. Na gut, ich meine, ist es nachvollziehbar als Werkzeugmacher, dass das natürlich erstmal irritierend auf das Umfeld wirkt. Ja, und viele vielleicht auch denken, naja gut, also beide Berufe haben eigentlich gar nichts miteinander gemein. Und ja, jetzt kommt Herr Ranisch und möchte sich da entsprechend professional in irgendeiner Art und Weise eben auch selbstständig machen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass ich den Weg am Anfang gegangen bin. Sonst hätte ich halt gar nichts irgendwie wahrscheinlich gelernt. Schule war nie so mein Ding. Ich war eher halt immer so der Macher, als irgendwie die Schulbank zu drücken. Und durch diese Ausbildung zum einen hat ich halt was in der Tasche, falls halt der Weg nicht geklappt hätte. Das ist halt auch wichtig. Und man lernt einfach kopfmäßig so im Leben ein bisschen Fuß zu fassen. Gerade was halt irgendwie Pünktlichkeit, Disziplin betrifft. Egal welche Ausbildung, jeder hat halt einfach so dann so ein bisschen Plan. Und man kann sich halt auch, egal wie viel man jetzt da verdient, Sachen ermöglichen. Also hätte ich den Job halt nicht gemacht so lange, hätte ich sicherlich nicht so viel Equipment damals gehabt zu der Zeit. Und auch Erfahrungen gesammelt. Wie, sage ich mal, das normale Leben, sage ich mal, von jedem Normalen abläuft. Weil hätte ich den Weg jetzt nicht gegangen, dann würde ich wahrscheinlich da bis zur Rente arbeiten. Sie meinen doch das Berufsleben natürlich. Natürlich, ja. Ja, natürlich. In der Ausbildung, ja, da sieht man erstmal gleich nach der Schule, wie es eigentlich in der Arbeitswelt aussieht. Und das kann man durchaus, denke ich, auf, ja, doch alle Bereiche im Arbeitsleben, ja, kann man das durchaus, ja, überstülpen. Und das durchaus auch vergleichen, weil Pünktlichkeit und Disziplin und, ja, das Erfüllen von Arbeitsaufträgen, das gehört in jeder Branche. Ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, würde ich sogar behaupten. Ja, gut, das sind natürlich die Eigenschaften, auch die persönlichen Eigenschaften eines jeden Individuums. In der Tat, deswegen ist es auch wichtig, so früh wie möglich auch da rangeführt zu werden, denke ich. Richtig, ja. Auf den unterschiedlichen Arten und da macht natürlich auch Sinn, dass man vorher in einer abhängigen Beschäftigung war, bevor man dann eben sagen kann, okay, ich weiß jetzt, worum es geht und ich weiß auch, was ich will und deswegen gebe ich da Vollgas und meine ganze Energie und die ganze Mühe, die eben auch mit dem Aufbau einer Selbstständigkeit eines Unternehmens verbunden ist. Das kann ich da jetzt rein investieren und, ja, hau jetzt einfach mal rein und mach mein Ding. Genau. Vielen Dank, Herr Ranisch für diesen Einstieg. Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung führen wir das Gespräch weiter. Bleiben Sie dran. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück bei Talk am Mittwoch mit Emre Berg. Mein Gast heute Abend ist René Ranisch, Geschäftsführer der Firma Frame Media. Herr Ranisch, wir haben uns über Ihren Einstieg in die Film- und Medienbranche unterhalten. Jetzt würde mich interessieren, welche Art von Unternehmen treten an Sie heran? Wie setzt sich Ihr Kundenstamm zusammen? Ja, hallo nochmal und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Kunden und Unternehmen sind natürlich immer unterschiedlich, kommt natürlich irgendwo drauf an, was ein Unternehmen für einen Hintergrund hat, warum es mir schreibt oder was für ein Ziel es hat. Also ich bin auch mittlerweile an so einem Punkt, ich möchte gar nicht mehr mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten, weil über die Jahre hat man halt so ein bisschen, ja, sag ich mal, seinen Geschmack angepasst oder wie man das jetzt halt ausdrücken möchte. Also Sie können schon auswählen, wenn Sie zusammenarbeiten wollen. Ne, also ich weiß zum Beispiel, dass Kunde A mir nicht so gefällt und ich eher mit Kunde B arbeite und dann gehe ich natürlich mehr auf Kunde B. Aber kurz zu Ihrer Frage zurück, also klassische mittelständische Unternehmen, mit denen arbeite ich sehr oft zusammen auch sehr gerne, aber auch Privatkunden. Also ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, hörst du, die letzten Jahre, da waren alles Mögliche querbeet dabei, ist halt am Anfang normal, man muss halt irgendwie Fuß fassen und auch ein bisschen bekannt werden. Oder auf gut Deutsch, man nimmt alles an, dass man halt irgendwie über Wasser sich hält. Ja gut, natürlich. Am Anfang ist es halt schwer, jeder selbstständig erkennt das. Man nimmt auch Sachen an, die überhaupt keinen Spaß machen und Kopfweh ohne Ende bringen. Aber am Ende vom Tag weiß man halt, hey, man hat das gemacht, weil man weiterkommen möchte. Und ja, wie gesagt, mittelständische Unternehmen, Autohäuser, Hotels, viel in der Versicherungsbranche und jetzt im Privatkundenbereich, Musikbranche, Musiker, Bands, aber auch schon Hochzeiten gefilmt. Oder manchmal gibt es auch wirklich Kandidaten, die ein Hobby haben, das sie ihr ganzes Leben lang verfolgen und sagen, Herr Arnich, ich habe das jetzt das ganze Leben lang gemacht, ich würde jetzt davon einfach mal gern einen Film haben, damit ich das besser in Erinnerung habe oder vielleicht auch irgendwie vermarkten kann oder vielleicht meinen Mitmenschen zeigen kann, wie gern ich das mache. Klar, es ist immer Geschmackssache, aber am Ende vom Tag ist mein Ziel, einem Interessent oder einem Kunde Wünsche zu erfüllen, damit das Unternehmen wächst oder die gewünschten Bereiche einfach verstärkt werden. Ja gut, natürlich. Also auch die Erfahrungen, die Sie in den verschiedenen Branchen und mit der Vielzahl der unterschiedlichen Aufträge gemacht haben, das hilft Ihnen natürlich auch in Zukunft, Ihr Portfolio entsprechend weiter zu professionalisieren. Also Sie wissen, was Sie wollen und Sie wissen, was Sie können. Richtig. Man darf halt nicht vergessen, das ist nicht irgendwie durch Ausschlafen alles entstanden. Also viele erträumen sich die Selbstständigkeit so, dass sie am Anfang halt irgendwie bis 12 Uhr schlafen und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Kenne ich auch viele im Umkreis, die das so gestartet haben. Aber man muss halt echt sagen, die ersten Jahre, der Anfang ist halt wirklich ein reiner Hassel. Also da ist Schlafen an dritter oder vierter Stelle, ich habe das am Anfang so ein bisschen unterschätzt, weil mein Start in die Selbstständigkeit war eine totale Katastrophe. Also wirklich, schlimmer kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Warum? Weil ich ja auf gut Deutsch ja indirekt mich in die Selbstständigkeit gezwungen habe. Also ich war ja, wie vorhin erwähnt, zehn Jahre angestellt und natürlich stellen sich vor, zehn Jahre Festanstellungen, da gibt es immer Höhen und Tiefen in einer großen Firma. Und da ist halt auch nicht jeder Tag schön. Und manche Probleme nimmt man mit und manche Probleme tut man nicht so gut für Arbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann habe ich halt gemerkt, als das Unternehmen gewachsen ist und ich trotzdem noch festangestellt war, dass einfach keine Zeit mehr für die Ruhe da ist. Also ein gutes Beispiel, ich hatte mal für ein größeres Unternehmen aus Spanien, das hatte eine Veranstaltung in Deutschland und es ging so das ganze Wochenende und da haben die halt auch international viel gearbeitet auf diesem Event. Und ja, da habe ich halt sonntags mal ganz locker bis nachts vier, fünf Uhr gedreht und gearbeitet und musste aber irgendwie zwei Stunden später auf der Arbeit sein. Also auf der festen Arbeit. Bedeutet, ich bin dann heimgefahren, kurz in die Dusche und bin eigentlich dann direkt auf die Arbeit. So, und man kann sich vorstellen, wenn man halt nur funktioniert und irgendwann wenig Pause hat, sich wenig Ruhe gönnt, einfach nur so fokussiert ist und alles um sich herum vergisst. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man im Flow ist, man vergisst zu trinken. Kommt mir gerade eine gute Erinnerung in den Kopf bei unserer Zusammenarbeit, weil da war das ja auch öfter der Fall. Ja, durchaus. Und kann man ja gerne später nochmal kurz eingehen, finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Und ja, irgendwann hat es halt einfach, um jetzt mal nicht genau im Detail es hier auszubreiten, ja, die Gesundheit ist ein bisschen eingeknickt und ich habe mir dann halt gesagt, hey, hör zu, ab heute machst du nur noch das, was du liebst und was dich halt wirklich voranbringt und wo du halt auch wertgeschätzt wirst. Weil, ja, auf Sklavenarbeit hat niemand Lust, ist mal so hart ausgedrückt. Und ich habe mir egal, was passiert, ich rock das, ich mache das, aber stellen Sie sich vor, das ist so, wie wenn man ein neugeborenes Kind ins Wasser schmeißt und einfach hofft, dass es halt einfach irgendwann schwimmen lernt. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, wenn man sich das bildlich vorstellt. Ja, es ist halt eine Mischung zwischen Überleben und fast nicht Überleben. Ja, das stimmt. Also erstmal auf finanzielle Basis. Genau, für die wirtschaftliche Existenz. Richtig, genau. Ich denke, das sind auch tatsächlich Problemlagen, die jeder Selbstständige kennt und natürlich auch das, was Sie erwähnt haben, ja, das, ja, ich sag mal, das Unglücklichsein am Arbeitsplatz, wenn es dann wirklich auch ein Level annimmt, was der eigenen Gesundheit schadet. Richtig. Ja, dann ist es an der höchsten Zeit, etwas anderes zu machen, sich etwas anderes zu suchen. Das kann selbstverständlich auch nochmal eine abhängige Beschäftigung sein, wenn man das Risiko der Selbstständigkeit nicht eingehen kann oder will. Es können ja auch durchaus Verpflichtungen da sein. Es liegt ja auch immer an der Lebensphase, in der man sich befindet. Das heißt, wenn da eine Verantwortung, beispielsweise da ist noch für eine Familie, es kommt auf das Alter drauf an, es kommt auf die Verantwortung an, die man hat sich selbst gegenüber, aber natürlich auch einer, ja, eventuell vorhandenen Familie, dann, denke ich, überlegt man sich bestimmte Dinge nochmal genau und es kommen andere Faktoren hinzu, die, ja, da die Entscheidung auch mit beeinflussen. Und von daher, das war bei Ihnen, so wie sich das anhört, genau die richtige Zeit, also genau zur richtigen Zeit. Kurze Gegenfrage, weil Sie ja gerade die Beispiele mit Familie und, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Komfortzone erläutert haben. Und wann würden Sie sagen, das ist denn der richtige Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen? Also in der Tat, also ich denke, das kann man pauschal nicht beantworten. Also aus meiner Sicht gibt es keinen richtigen Zeitpunkt? Nein, das liegt immer in der individuellen Situation des Einzelnen. Also das ist ganz klar. Das heißt, man kann nicht sagen, so jetzt aber, das ist eine intrinsische Sache, die von einem selbst kommt und die jeder für sich selbst entscheiden muss, ja, in Abhängigkeit von der Lage und, wie gesagt, von den Verpflichtungen, von der Verantwortung, die sich befindet. Und natürlich auch von den Chancen, die, ja, der Idee und der Umsetzung der Idee zugerechnet werden. Genau. Genau. Und für Sie war es wohl der richtige Weg, den Sie gegangen sind, wie auch Ihr erfolgreiches Unternehmen zeigt. Also es war auf jeden Fall der richtige Weg, aber ich habe allein durch die Entscheidung erstmal gelernt, was auch alles möglich ist. Also davor waren meine Gedanken gedeckelt. Einfach, ich hatte ein Limit. Ich habe im Endeffekt nur von 7 bis 17 Uhr gedacht. Als Selbstständiger ist das wahrscheinlich nicht gut umzusetzen. Ja, aber man merkt dann auch, wenn man Gas gibt, man wird zum einen andersher belohnt und man hat halt langfristig einfach mehr davon, wenn man die richtige Vision hat. Also als Selbstständiger ist es ja nicht so, wenn man jetzt mal einen großen Fisch hat, die nächsten ein, zwei Wochen auf die Kacke hauen und Party machen. Das ist nicht, im Gegenteil. Man muss halt auch eher an schlechte Momente denken. Oder wo will man mit seinem Unternehmen hin? Will man für immer alleine bleiben oder will man irgendwann wachsen? Was will man? Also man muss sich selber wissen, was man möchte. Und da ein kleiner Tipp von mir, die Ziele immer unrealistisch für Außenstehende setzen, damit man jeden Morgen auch irgendwie einen Ansporn hat. Also für mich war früher eher so das Ziel, dass ich eine schöne Wohnung habe und meine Kosten gedeckt sind. Mittlerweile will ich halt einfach viel, viel mehr, viel, viel mehr. Also unrealistische Sachen. Aber ich denke mir halt, wenn ich es doch bis jetzt geschafft habe, warum soll das denn jetzt nicht funktionieren? Oder warum soll es absolut nicht funktionieren? Weil andere haben es ja auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie an einem Mensch oder einer körperlichen Beeinträchtigung irgendwie hindert. Man muss einfach nur die Schritte gehen, die dafür erforderlich sind. Also Sie sagen, das Mindset ist tatsächlich da auch ein wichtiger Faktor. Die Einstellung, die man zu dem eigenen Leben hat und zu den eigenen Zielen. Sie haben auch die Zielplanung erwähnt. Das ist definitiv ein wichtiger Faktor, wie ich auch denke. Tatsächlich nicht nur für Selbstständige, sondern auch für jeden Menschen. Unabhängig auch von der beruflichen Situation. Ich denke, das ist sehr hilfreich im eigenen Leben, um da ein gewisses Ziel zu verfolgen und gewisse Meilensteine zu erreichen. Definitiv. Also Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie jetzt kopfmäßig keine Vision haben und vielleicht noch ein schwieriges Umfeld, dann ist es fast unmöglich, dass Sie irgendwie langfristig da motiviert sind und positiv täglich an die Sache gehen. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Früher war mein Umfeld ungefähr gar nicht da. Das kann man nicht als Umfeld nennen, aber heutzutage ist es halt sehr klein. Aber einfach die richtigen Menschen, die mir zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagen oder mir weiterhelfen. Und das ist halt sehr viel wert. Und das schätzt man gar nicht so, wenn man das nur von früher kennt. Gut, bestimmte Dinge kann man natürlich auch nicht so einordnen. Ja, und auch den Wert einordnen, ohne bestimmte Erfahrungen auch gemacht zu haben. Das ist richtig, ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Ranisch. Bis jetzt nach einer weiteren kurzen musikalischen Unterbrechung führen wir das Gespräch weiter. Bleiben Sie dran. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Talk am Mittwoch mit Emre Berg. Mein Gast heute Abend ist René Ranisch, Geschäftsführer der Firma Frame Media. Herr Ranisch, wir haben uns bis jetzt über Ihren Werdegang und Ihren Alltag ein wenig unterhalten, wie es mit der momentan in Ihren beruflichen Kunden aussieht, denen Sie Projekte durchführen. Jetzt würde mich interessieren, wie entwickeln Sie die Ideen, die zu den individuellen Vorstellungen der Unternehmen passen? Also was ist Ihre Quelle der Kreativität? Ja, Herr Berg, danke nochmal für die schöne Anmoderierung. Thema Kreativität ist zum einen immer, immer individuell. Also sage ich das so betont, weil oft fragen wirklich Interessenten in erster Linie, können Sie mir eine Preisliste schicken. Und da ist das Kreative so in zweiter oder dritter Richtung, aber das ist nicht der Grund, warum man das machen sollte. Aber zu Ihrer Frage, natürlich ist es immer erstmal wichtig, um was geht es am Ende vom Tag? Also wenn Sie jetzt als kleines, klassisches Beispiel ein Hotel haben und das Hotel sagt, wir wollen mehr Buchungen haben oder einfach ein bisschen lokal bekannter werden, dann mache ich mir Gedanken, was passt zu dem Ort, was ist vielleicht ein bisschen, was passt halt zu der Atmosphäre. Wenn es jetzt irgendwie eine Winzergenossenschaft an der Nähe ist, baut man das halt irgendwie so auf. Also man tut einfach Sachen mit einbauen oder visualisieren, die die Menschen dort im Umkreis so ein bisschen emotional packen, sage ich mal. Vielleicht kennen Sie das selber, wenn Sie jetzt sich eine Werbung durch den Kopf gehen lassen von einem Thema, das Sie interessiert. Dann interessiert Sie das Thema oder Sie denken daran, weil die Werbung halt irgendwie so sie gecatcht hat. Ja, also Sie meinen, es gibt so Werbesongs, die einem im Kopf sind, das sind meistens so Lieder, die man in der Kindheit gehört hat. Also das würde ich jetzt mal so verorten. Richtig, genau. Und das tut man halt mit dem Kunde ausarbeiten, weil ich würde jetzt nicht nach einem Laufbandsystem arbeiten, für jeden das Gleiche machen, nur dass ich halt viel zu tun habe. Das ist keine Kreativität und auch nicht jetzt wirklich eine Kunst, weil kopieren kann halt jeder. Ja, das stimmt. Und dass es halt in dem Bereich ein bisschen individuell ist, weil zum Beispiel das Hotel, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Musiker haben, der nur R'n'B oder Liebessongs macht, dann ist natürlich wichtig erstmal herauszufinden, wer hört die Musik, für wen ist die wirklich geeignet und was passt halt auch zum Song. Also um was geht es da? Will man das Klassische einbauen oder zeigen, was halt jeder macht? Also ich bin auch so ein Fan. Ich will nicht das machen, was halt jeder irgendwie umsetzt oder in Videos dreht. Vielleicht kennen Sie das bei Liebessong, man sieht immer irgendwie viel Natur oder schöne Locations. Auf der anderen Seite ist es halt besser, wenn man jetzt einen Text vielleicht visualisiert durch irgendwie mehrere Bilder, dass man selber drauf kommt, auf die Geschichte von dem Song zum Beispiel. Können Sie folgen? Ich versuche mir das gerade vorzustellen vor meinem inneren Auge. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich bin jetzt noch bei dem Thema jetzt gedanklich hängen geblieben, Werbe-Jingles, die man in der Kindheit gehört hat und nicht so leicht vergisst. Ah, zum Beispiel die Coca-Cola-Werbung? Nein, ich meinte eher Fanat Pranga. Man sagt, er hat manische Kräfte. Kennen Sie das? Nein, sagt man nicht. Okay, das war letztens, ich hatte mich da mit meiner Frau drüber unterhalten und ja, egal. Aber ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen jetzt eher auf die Musik bezogen, was vielleicht so einen Werbespot begleitet oder verbindet, ist halt auch ein sehr wichtiger Teil. Ich dachte, Sie fragen jetzt bezüglich der Kreativität, deswegen bin ich jetzt auf das Thema Musik nicht so eingegeben. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil Sie können jetzt natürlich jetzt nicht bei einem Pflegeheim irgendwie epische Rockmusik mit einbauen. Das wird halt so ein bisschen den Rahmen springen. Aber wäre wiederum auch eine gute Werbung, weil dann wird es halt im Kopf bleiben. Das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob dann die Kundengruppe oder Zielgruppe auch so angesprochen wird, dass sie sich da auch, ja, ich sag mal, zu hingezogen fühlt. Aber naja, ich meine, da könnte man durchaus auch was, weiß ich nicht, wenn es eben, ja, lustig sein soll. Jetzt abgesehen von einem Pflegeheim, natürlich nicht. Das waren jetzt nur Beispiele aus der Bräule. Ja, natürlich. Aber so generell, Sie meinen also Dinge, die jetzt außergewöhnlich sind und eigentlich auf den ersten Anhieb nicht zusammenpassen und ja, dann aber damit assoziiert werden. Richtig, das kann man auch durch eine gute Kameraführung oder einfach durch ein tolles Bild oder einen Effekt im Bild einfach auch so hervorheben. Manchmal sind die wenigen Sachen oder ich sag halt gerne, weniger ist mehr. Die einfachen Sachen mit den richtigen Mitteln von der Technik oder von der Kreativität einfach so das Gesamtpaket einfach dann perfekt. Also manchmal ist halt weniger mehr, weil viel rumgeschnörselt ist halt aufwendig und meistens für den Zuschauer ein bisschen schwierig anzuschauen. Also Beispiel jetzt Ihr Projekt war im Endeffekt, wenn man das jetzt als Außenstehender sich anschaut, eine Kameraeinstellung oder mehrere Kameraeinstellungen, aber das, was da in dem Video passiert, diese Animation und die Story, was da rüberkommt mit der Musik und mit ihrer Stimme, wie das halt mit der Musik verbindet, das macht das halt sehr eigen. Wissen Sie, was ich meine? Und sehr emotional. Richtig. Es hat zumindest, ja, es hat die Emotionalität auch der Zuschauer angesprochen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor generell. Das meinten Sie auch, nicht wahr? Genau. Ja, genau. Natürlich hätten wir das bei Ihnen auch so machen können, total durchgedreht und kompliziert. Aber dann wäre wahrscheinlich die Message und das so ein bisschen untergegangen. Und tun Sie, also gibt es, ja, haben Sie ein spezielles Vorgehen, sage ich mal, um Ihre Kreativität zu fördern oder ist das keine Sache, die, kommt das einfach nicht? Also ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwas für tun muss oder irgendwie einnehmen muss oder bestimmtes sagen muss. Nein, ich bin, ich bin einfach, also ich finde halt, auch wenn ich jetzt Filme sehe, also erstmal ein kurzes Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin Filme schaue, dann sage ich halt immer, Schatz, schau mal, die Drohnenaufnahme, wie die mit dem Kran das gefilmt haben und dann sagt sie, hä? Also ich bin da, wissen Sie, was ich meine? Ja, natürlich, Sie sehen das aus dem Blick eines Fachmanns. Richtig. Ja, natürlich. Also auch im Kino, ich rede halt eher mehr über die Art, wie der Film gedreht wurde, als über die Geschichte. Und deswegen würde ich sagen, es gibt, also ich bin auf Knopfdruck, kann ich kreativ sein, wenn es halt auch ernst genommen wird. Natürlich. Also klar, ich denke, Arbeit generell, wenn es in Arbeitsprozessen sind, ja, kann ich. Aber ich finde auch, das ist eine wichtige Gabe, weil Sie kennen ja zum Beispiel jetzt, ein Sportler muss sich warm machen für sein Top-Ergebnis oder halt vorbereiten. Und das geht auch nur bis zu einem gewissen Alter. Und bei mir ist es halt so, also wahrscheinlich irgendwann, meine Augen werden schwächer, aber jetzt heißt ja nicht, dass meine Kreativität irgendwie weg ist. Nein, davon gehe ich nicht aus. Und Herr Radisch, Sie sind, soweit ich das beurteilen kann, doch noch sehr fit. In den besten Jahren. Genau, in den besten Jahren. Herr Radisch, was mich und bestimmt auch die Hörer interessieren würde, plaudern Sie doch mal ein wenig aus dem Nähkästchen. über Ihr spannendstes Projekt oder spannende Projekte oder außergewöhnliche Erlebnisse während Ihren Projekten. Wie gesagt, Sie haben ja für zahlreiche Branchen waren Sie tätig. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es doch das eine oder andere, was Sie erzählen können. Ja, kurz mal überlegen. Also ich habe ja in der Vergangenheit sehr viele Projekte umgesetzt. Da waren viele private Geschichten in der Musikbranche, in Imagefilme. Also da ist mir hier und da auch mal eine Drohne abgestürzt und der Geschäftsführer hat nur doof geschaut. Aber das sind halt Standards. Mir fällt da gerade eine richtig gute Story ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen negativ rüberkommt, aber ich bin jetzt einfach offen und ehrlich. Also wir hatten vor Jahren mal eine Produktion in Stuttgart. Da ging es um ein Musikvideo. Und da gab es zum Beispiel, da war der Plan einfach, soll nach außen aussehen, dass es halt eine sehr wilde Atmosphäre ist im Sinne von vielen Menschen auf einem Fleck und verschieden gekleidet und teure Autos und Hunde. Ich habe gerade ein etwas obskures Bild im Kopf. Von der Beschreibung. Ja, aber stellen Sie sich so vor, Nagelstudio. Auf dem Dach von dem Nagelstudio standen irgendwie 20 Leute. Vor dem Nagelstudio standen auch nochmal 10, 15 Leute. Und da waren sehr viele teure Mercedes, also den Wagen. Und einfach viele Requisiten in Händen und was geraucht hat und Laserpointer-artige Sachen. Und war ein super Bild. Also erstmal für einen Kreativen oder aus der Branche, das war super. Auch hat sehr gut zu der Musik gepasst, sehr authentisch. War halt nur in einer Gegend von Stuttgart, wo das glaube ich jetzt nicht so anerkannt war oder sowas typisch war. Okay, gut, aber es ist ungewöhnlich. Ich glaube, in jeder Gegend, glaube ich, werden Sie so erzählen. Also jeden Tag würde man das, denke ich, jetzt nicht so sehen. Nein, nein, auf keinen Fall. Das kann ich mir vorstellen. So, und ich habe halt dann zum einen schon so ein bisschen überlegt, was könnte jetzt passieren, weil viele in dem Nebenort oder da waren halt um dieses Nagelstudio, waren halt sehr, sehr viele Häuser. Viele Passanten haben auch geschaut, weil man sieht halt einfach, wenn da sehr viele Menschen auf einem Haufen sind. Da waren, glaube ich, noch zwei, drei Motorräder, die halt so die Reifen drehen lassen haben. Also es war ein wildes Bild. Aus meiner Sicht war es perfekt. Ich habe das halt auch so angeordnet. Ich wollte es halt so, weil meine Aufgabe ist, am Ende vom Tag den Kunde zufriedenzustellen. Und da bin ich auch bereit, 300 Prozent zu gehen, egal ob im Handstand oder im Matsch ich die Aufnahmen mache. Es muss perfekt sein und das ist halt wichtig. Und dann können Sie sich vorstellen, ich habe angefangen mit einer Drohnenaufnahme. und da hat es nicht mal 20 Sekunden gedauert, da haben wir vier Polizeibusse gehört mit Blaulicht. Und die sind dann da angerast gekommen und die Drohne war noch in der Luft. Und dann dachte ich mir halt, okay, was mache ich jetzt? Also ich habe keine Zeit zum Landen, wir müssen halt weg oder was machen wir? Da dachte ich, ich entspanne mich einfach. Und die Polizei kam halt angerast, als wenn da wirklich gerade ein Riesending läuft, sage ich mal. Also es hört sich ja schon so an jetzt so für den Außenstehen. Ja, den Außenstehen, da war auch leicht verstört, sage ich mal, weil es da, ja. Okay. So, auf jeden Fall dachte ich mir, ich lande die Drohne einfach so schnell wie es geht und warte ab. Ich habe die Drohne gelandet, einfach unter das Auto gestellt und die war noch an, die Drohne. Okay. Ich habe mich an die Seite gestellt und gewartet und da kamen halt, wie gesagt, diese vier Polizeibusse, total verstört und angerast, sind die aus den Autos gesprungen und haben halt gesagt, also die dachten, da wäre jetzt ein Großeinsatz so und da wurden halt erstmal alle verhört und haben sie im Kopf, die Drohne war unter dem Auto, die war noch an. Okay. So, und dann stellen sie sich vor, da sind halt vier Busse, überall Menschen verteilt, maskiert und ja, ein verstörendes Bild und auf einmal piepst es halt unter dem Auto, weil die Batterie leer war von der Drohne. Okay. So, und dann habe ich halt erst gesagt, oje, hoffentlich geht es gleich aus und dann hat der eine Polizist halt an dem Kofferraum geschaut und hat halt irgendwie vermutet, dass da irgendwie eine Bombe drin ist. Oh Mann. So, und dann hat er halt seine Kollegen geholt, dann haben die sich halt Handschuhe angezogen und haben halt in den Auto geschaut und der Kunde kam halt zu mir und hat gesagt, was machen wir jetzt? Ich so, ich weiß nicht, was du meinst. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil das kann ja auch irgendwo nach hinten losgehen, die ganze Schose. Ja, die Frage nach der Verantwortung ist natürlich da auch gefragt, ist dann derjenige, der das initiiert, also in dem Fall der Kunde, der Verantwortliche oder sie als, ja, als ich sag mal, Regisseur der ganzen Sache. Ja, in der Regel benötigt man für solche Aufträge oder solche Abläufe Genehmigung. Klar. Problem war halt, da waren ein paar Faktoren, deswegen gab es da keine Genehmigung und ich dachte mir halt, ich war halt jung, ich brauchte das Geld. Okay, ich verstehe. Die zwei Minuten interessieren niemand und ja, dann wurde halt dann im Kofferraum geschaut wegen der Drohne und ich dachte halt, oh je, gleich passiert was. Aber dann ging zum Glück die Drohne aus, die Batteriewalle, ja, und die haben gedacht, okay, das war nichts. Die hätten sich getäuscht. So, und da war halt so ein Ravalle und ein paar haben sich halt auch daneben benommen, wurden halt mitgenommen und, 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 wir haben halt einen riesen Platzverweis bekommen und ich hab zum Kunde gesagt, ey, wir brauchen hier noch eine Aufnahme und das sieht richtig gut aus, lass morgen nochmal kommen. Und, ähm. Sie hatten noch nicht genug, Herr Warnisch. Ja, ich hatte ja auch noch keine 300 Prozent. Ja, okay. Und, ähm, dann waren wir am nächsten Tag auch dort, haben gestartet und es hat keine zehn Minuten gedauert, dann kam wieder ein riesen Blaulicht. Aber ich hab meine Aufnahmen, ich hab die Drohne gelandet und war auf dem Heimweg. Okay. Aber es war eine sehr, sehr wilde Story und ich hatte auch ein bisschen Angst wegen der Drohne, weil, ja, rückzuck, Sie wissen, bei Bombenalarm ist gleich so ein bisschen ein anderes Level. Ja, absolut verständlich und nachvollziehbar. Ja, in einem Wohngebiet, natürlich. Aber das Video ist sehr, sehr gut geworden und die Aufnahmen von dem Polizeieinsatz haben wir da auch mit reingeschnitten, weil es halt einfach echt ist, ist auch sehr authentisch, nichts gestellt und, ähm, ja, das war jetzt mal so eins der Story. die ich jetzt hier mal, ja, loswerden wollte. Ja, das hört sich definitiv nach einer ziemlich großen Nummer an, das muss man einfach mal sagen. Und wahrscheinlich, also wenn Sie zufrieden sind mit dem Video, ja, mit den Ergebnissen, dann, ja, ist das ja zumindest, ähm, ja. Es hat sich gelohnt. Okay, gut. Das ist doch schön und freut zu hören. Herr Radisch, wie sieht denn, ähm, ja, Ihr Portfolio in der Zukunft aus? Das heißt, welche Entwicklungen, ähm, planen Sie denn noch? Also aktuell ist ein gutes Timing gerade so, weil aktuell in dem Jahr ist ja sehr viel passiert in der Welt und ich habe jetzt seit ein, zwei Jahren so ein, zwei Kundensparten, wo ich halt sehr aktiv war in der Musikbranche, sehr, sehr viel und auch viel gemischt für Unternehmen. und gerade sind wir halt so in dem Switch, dass wir weniger mit privaten Leuten arbeiten wollen und auch weniger mit Musikern, sondern mehr halt auf Unternehmen und Konzerne gehen wollen. Zum einen langfristig sehe ich mich halt da eher, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit 50 und vielleicht vierfacher Vater da Musikvideos drehe für 20-Jährige. Das wäre, ja, also ich weiß nicht. Man wird nicht jünger und ich will halt, ähm, ja auch irgendwo seriös rüberkommen, weil Sie wissen, wie das ist. Die Branche ist ein bisschen durchlebt und auch nicht immer einfach und deswegen sind wir gerade so in dem Switch, diese ganzen Musiker, Musikvideos ein bisschen runterzuschrauben und gehen jetzt mehr auf Unternehmen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also wir haben auch sehr gute Erfolge so die letzten Wochen erzählt, was das betrifft. Und das finde ich jetzt, sage ich mal, die nächsten drei bis fünf Jahre so. Heißt nicht, dass wir nie mehr Musikvideos machen. Ich mache unheimlich gern Musikvideos, weil ich kann mich da kreativ so ausleben. Da gibt es niemanden im Anzug, der mir sagt, heran ich, wir brauchen die Aufnahme, wo die Person in die Kamera lächelt. Also diese typischen, ja, Commercials oder Werbefilme bei Musikvideos heißt einfach, ey, ich will das so krass, ich will das und das und das. Du kannst das, ich sehe das anhand von deiner Internetseite. Und ja, so ein bisschen Action muss halt auch noch da sein. Das sind tatsächlich auch Künstler und Musikvideos, die man so auch im Fernsehen dann sehen kann. Richtig, das sind Musikvideos für Musiker in der verschiedenen Branche, viel in der Hip-Hop-Branche. Namenhafte Musiker. Auch wir haben in der Vergangenheit für viele namhafte Musiker schon Projekte umgesetzt, egal ob jetzt Musikvideos oder Tourvideos. Aber es sind auch viele Newcomer. Auch hier sehr viel im Umkreis. Also es gibt viele Videos, die man kennt, aber man weiß nicht, dass ich das bin. Man sieht dann nur den Firmennamen. Inkognito. Wunderbar. Schön, Herr Rannisch. Vielen Dank. Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung führen wir das Gespräch weiter. Bleiben Sie dran. Inklusive Montage. Terminvereinbarung unter reus-hanau.de Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Talk am Mittwoch mit Emre Berg. Mein Gast heute Abend ist René Rannisch, Geschäftsführer der Firma Frame Media. Ja, Herr Rannisch, vielen Dank für die Einblicke und Eindrücke in Ihren, ja, in Ihr Berufsleben. Jetzt würde mich und ich denke auch die Hörer interessieren, was ist für Sie, kurz gesagt, was sind die Grundpfeiler des Erfolges? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Ziel haben vor Augen, fokussiert sein und alles dafür zu tun. In drei Punkten jetzt mal, in drei Worten mal so. Würden Sie das auch am Anfang Ihrer Karriere Ihrem jungen Ich mit auf den Weg geben? Also Sie meinen jetzt zum Beispiel junge Filmemacher, Videografen, die zum Beispiel… Nein, ganz persönlich zu Ihrem jungen Ich, wenn jetzt jemand kommen würde, also eine Fee und würde sagen, Herr Rannisch, ich nehme Sie zurück, Sie können in der Zeit reißen und haben die Möglichkeit, Ihrem jugendlichen Ich oder Ihrem, ja, ich als junger Erwachsener einige Ratschläge mit auf den Weg zu geben, was die berufliche Entwicklung betrifft. Was würden Sie, würden Sie das Ihrem Ich empfehlen? Also zum einen würde ich viel, viel früher den Schritt hier gehen, also nicht erst irgendwie im mittleren Alter von 20, sondern vielleicht schon mit 18, auch wenn es sehr früh ist, aber wenn ich jetzt, wie Sie gerade erwähnt haben, außenstehende Person bin von meinem jüngeren Ich, würde sagen, hör zu, hallo Herr Rannisch, hören Sie zu, machen Sie diese drei Punkte, setzen Sie sich ein Ziel, wo Sie in zehn Jahren hinwollen, tun Sie jeden Tag was dafür, seien Sie fokussiert, lassen Sie sich nicht runterziehen und machen Sie nur die Aktivitäten, die wichtig sind. Ich weiß nicht, kennen Sie die Abkürzung MMA im Business-Bereich? Klar, also nur Mixed Material Arts, das sagt man natürlich. Also bei mir ist es Money-Making-Activities, also nur die Sachen machen, die wirklich Geld bringen, Umsatz bringen. Weil am Anfang macht man halt viele Sachen, die nichts bringen. Website-Design monatelang, Visitenkarten mehrfach gestalten, irgendwelche Flyer, irgendwelche Bilder, aber am Ende vom Tag hat man da was gemacht, aber es bringt halt jemand auf unternehmerischer Basis nicht weiter. Sie meinen wirtschaftlich? Genau, ein Unternehmen wächst halt nur durch Umsatz und durch die Sachen, die halt ein Unternehmen weiterbringt. Also wenn Sie jetzt, sage ich mal, den ganzen Tag irgendwas machen, was nur Sie nach außen gut dastehen lässt, bringt es aber Ihrem Unternehmen nichts. Und das sind die Fehler, was sehr, sehr viele machen am Anfang, habe ich auch gemacht. Und wobei die wirklich wichtigen Themen oder Gebiete wie jetzt Marketing und Vertrieb, da sprechen halt irgendwie niemand drüber, weil das halt die Sachen sind, die keinen Spaß machen. Genau, ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich schon immer ein gegenwärtiges Thema. Ja, überall schwingt es irgendwie mit in, ich glaube, allen Branchen und allen oder vielen Unternehmen. Aber in der Tat, ja, es ist ein Thema, was ja doch sehr viel Aufwand auch mit sich bringt. Sehr viel. Ja, auch sehr viel. Sehr viel Kopfweh, sehr viel Bauchschmerzen und sehr viel wütende Momente. Also es ist ja nicht immer alles positiv, weil nach außen sieht es immer so gut aus. Oder vielleicht ein paar, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, die werden denken, ach, der Aranich, der hat ein tolles Leben, alles so gut. Aber es ist wirklich mit sehr viel Blut und Schweiß verbunden und nicht das Gelbe vom Ei. Gut, ich denke, das ist ja auch typisch. Also ich denke, wenn Sie Unternehmer oder auch erfolgreiche Angestellte fragen, Blut und Schweiß gehört immer dazu. Ja, das sind die Zutaten des Erfolges. Ja, Schattenseiten des Erfolges sind halt die Sachen, die man liebt, die kann man nicht mehr so machen wie vorher. Ja, das denke ich. Oder man muss halt einfach ein bisschen kürzer treten. Ja. Je nachdem, welchem Ausmaß. Ich denke, das ist der Kompromiss, der auch logisch ist und den man eben entsprechend auch eingehen muss. Möchte man entsprechend auf der beruflichen Seite des Lebens erfolgreich sein. Richtig. Herr Hanisch, Sie haben auch einige Fragen von Followern mitgebracht, Interessenten und Menschen, die allgemein ihren sozialen Kanälen, ihren sozialen Medien folgen. Möchten Sie die eine oder andere Frage benennen und auch die Neugier der Zuhörenden stimmen? Ja, definitiv. Also vorab, wenn jetzt jemand zuhört, uns noch nicht kennt auf Social Media oder im Umkreis, die Website ist www.frame-media.de. Auf Social Media natürlich auch Frame Media. Dort gibt es immer sehr viel zu sehen, welche Projekte wir machen oder was wir umsetzen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo jeden Montag ein spannendes Video rauskommt über wahre Geschichten oder ein bisschen Motivation. Und ja, ich habe heute Mittag auf Social Media eine Umfrage gestartet, also ein Q&A. Und da sind ein paar Fragen reingekommen. Ich werde die kurz und knapp beantworten. Sind nicht so viele, sechs, sieben Stück. Die erste Frage ist, wie habt ihr Corona oder den Lockdown überstanden? Das ist eine gute Frage. Also ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Thema vorher nicht wirklich so befasst, weil ich einfach dachte, wenn man sich halt von der Masse runterziehen lässt, dann ist man halt irgendwo auch selbst dran schuld. Klar, das ist eine ernstzunehmende Sache und ist kein Kindergarten. Aber für uns war das halt ein extremer Push, weil halt sehr viel oder nur noch digital abgelaufen ist. und viele Unternehmer verstanden haben, jetzt müssen wir im Internet was machen. Und da ist halt ein Werbefilm, Marketing, alles in dem Bereich jetzt genau wichtig. Und das war halt der Grund, warum es halt extrem nach vorne gegangen ist. Also wirklich, das war so das Beste. Ja, das hört sich doof an vielleicht, aber aus unternehmerischer Sicht für uns war das Weltklasse. So, zweite Frage. Herr Berg, wenn Sie eine Frage haben oder irgendwas dazu sagen möchten, sprechen Sie ruhig zu. Also da halte ich mich nicht zurück, wenn was kommt, was ich auch nochmal nachfragen kann. So, zweite Frage. Wie viel Startkapital benötige ich für die Gründung meiner Firma? Realistische Zahlen. Also ich gehe mal jetzt aus, auch die Videobranche, wenn eine Kamera vorhanden ist, dann brauchst du eigentlich nur die Anmeldegebühr für dein Unternehmen, diese paar und 30 Euro, ein Telefon und ein Telefonbuch oder Google und musst halt irgendwie mit Systemen Leute anrufen. Also eigentlich brauchst du nur ein Ziel. Man braucht nicht mehr so viel heutzutage als wie früher, finde ich. Klar, früher hat man jetzt je nach Branche sehr viel aufgenommen an finanzieller Summe, um irgendwie zu starten. Aber heute durch das Internet ist so viel machbar. Allein durch diese Corona-Geschichte haben wir diese ganzen Meetings alles halt nur noch digital veranlasst. Also wenn jetzt Kunden oder Interessenten aus Berlin sind, alles wurde digital abgewickelt. Meetings, alles drum und dran. Also es geht schon. Das hat die Digitalisierung auf jeden Fall vorangetrieben. Aber wir haben das vorher auch schon so gemacht. Also nur halt dann nur noch mehr im Ausmaß. Gut. Preisspannend für einen zwei bis drei Minuten Imagefilm. Also das ist auch eine berühmte Frage. Was kostet ein Imagefilm, Werbevideo? Ich sage dann immer, es ist so wie wenn ein Auto gekauft wird. Du gehst ja nicht zum Autohaus und sagst, was kostet das Auto und das und das und das. Du lässt dich ja irgendwo individuell beraten. Und dann guckst du, dass du halt für dein Angebot oder für deine Wünsche das Beste bekommst. Preis, Leistung. So gesagt. Aber ich kann mal sagen, also jetzt ohne eine genaue Zahl zu nennen oder ein Steingemeißel, das ist abhängig von der Werbefilmlänge, vom Aufwand, was man haben möchte. Es gibt Werbefilme, da werden Wochen für gedreht mit Auf- und Abbau. Aber ich sage mal, so vier- bis fünfstellig muss man auf jeden Fall schon einplanen, wenn man was Richtiges will. Ist ja wie beim Autokauf. Wenn man ein günstiges Auto kauft, das kauft man drei, vier Mal. Wenn man es richtig macht, dann ja, so wie Sie. Sie haben doch auch einen Neuwagen, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Achso. Ich dachte, das sieht ziemlich neu aus. Oh, danke. Das freut mich. So, Moment. Ich muss hier nochmal schauen. Wie hat deine Familie auch drauf reagiert, als du angefangen hast? Und wie war das mit dem Erfolg? Ja, das war am Anfang, bin ich ehrlich, bin nicht so ein einfaches Thema. Weil gerade die Mitmenschen oder der engste Umkreis kennen sie vielleicht, wenn sie eine Idee haben, wird dann eher darüber das nicht so ernst genommen oder so ein bisschen gesagt, ach, sicher, dass du das machen willst. Sicher, dass es was bringt. Also, das ist meistens ein bisschen schwierig. Ja, ich denke, das ist tatsächlich normal, wenn man das machen kann. Weil man halt... Also, oder üblich. Sagen wir mal nicht üblich, aber normal sein, aber es ist üblich tatsächlich, dass es am schwersten ist, das engste Umfeld zu überzeugen, ist am schwersten. Genau, und ich habe mich dann, ja, ein bisschen, sage ich mal, davon distanziert. Also, ich habe einfach nicht mehr so viel über meine Pläne und Sachen und Unternehmen gesprochen am Anfang, einfach gemacht. Und heute sind irgendwie alle stolz und finden es voll gut. Also, deswegen zu der Frage, wie man darauf reagiert. Ja, am Anfang komisch, aber dann irgendwann wird es akzeptiert. Man ist sehr stolz drauf. Ich bin auch sehr froh darüber, weil das hat auch so das Familienleben so ein bisschen zusammengeschweißt. Und, genau. Moment. Wie teuer war deine erste Kamera und wie teuer war deine letzte, die du dir geleistet hast? Also, auch wieder so eine Preisfrage. Ja, eine genaue Zahl will ich jetzt nicht nennen, aber man kann ja sagen, wenn man anfängt, ist klar, dass man nicht im High-End-Bereich einsteigt. Ist ja wie, wenn sie jetzt ein Auto kaufen, das erste Auto ist ja jetzt nicht so teuer wie das letzte Auto oder volle, oder eins, wenn man halt einfach schon mehr Erfahrung hat. Ich hatte einen Fiat Panda als erstes Auto. Einen älteren Fiat Panda und ja, er hat mir gute Dienste geleistet. Ja, ich hatte tatsächlich zwei Opel Corsa, die haben irgendwie, war eher so krötenmäßig. Aber ja, ich finde, an jeden, der jetzt hier zuhört, kauft euch am Anfang irgendwie was, womit ihr arbeiten könnt und wenn ihr merkt, das funktioniert und läuft über Jahre, investiert in Equipment, weil da habt ihr einfach langfristig immer mehr, wenn ihr euch selbst investiert, als in irgendwas, was extrem Wert verliert. Macht Geld und Erfolg glücklich. Herr Berg, macht Geld und Erfolg glücklich. Bedingt. Bedingt. Also es gibt, denke ich, unterschiedliche Aspekte im Leben. Die Frage ist, was ist Erfolg und wie viel Geld macht glücklich und wie lange. Genau, genau, das stimmt. Das ist jetzt philosophisch. Jetzt gehen wir in den philosophischen Bereich in der Tat. Jetzt geht's los. Genau, jetzt geht's jetzt richtig los. Ja, aber in der Tat, also ich denke, Erfolg definiert jeder für sich selbst, auch wieder individuell. Für den einen ist Erfolg, wenn er auf dem Konto fünf, sechsstellig hat und sich kaufen kann, was er möchte. Ich denke, natürlich ist das eine Sicherheit und natürlich sind schöne Dinge zu besitzen und schöne Dinge kaufen zu können, toll. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob das Menschen glücklich macht. Also bis zu einem bestimmten Level auf jeden Fall. Das liegt aber tatsächlich daran, wie Menschen Glück definieren, wie Menschen tatsächlich Erfolg definieren. Ob jetzt, ja, alle Menschen gleich sagen würden, dass sie erfolgreich sind, wenn sie viel oder wenig Geld beispielsweise haben und viel oder wenig materielle Dinge besitzen. Das ist tatsächlich eine Definition, die jeder selbst für sich und sein Leben. Und halt die Erfahrung auch machen muss, weil, wie Sie schon sagen, der eine ist glücklich, wenn er irgendwie mit einer Million auf dem Konto einschläft. Der andere ist glücklich, wenn er wenig hat bis gar nichts, aber vielleicht Millionen in Immobilien investiert hat. Also über das Thema könnte man sicherlich noch ein, zwei Stunden drüber sprechen. Dann hat er gar nicht wenig, wenn er jetzt ein paar Millionen in Immobilien investiert hat. Richtig, aber es geht ja darum, ob Geld glücklich macht. Und das ist halt die Ansichtssache. Also aus meiner Sicht, ich finde, man soll sich auch belohnen, wenn man hart dafür arbeitet. Aber dann nur halt für sich, jetzt nicht für andere. Also jetzt nicht nach außen irgendwie auffallen, eher sich belohnen und halt das, was man halt auch möchte. Und manche macht das glücklich. Ja, auch durchaus nach außen hin. Ob es ein gutes Essen ist oder ein Urlaub oder ein Kleidungsstück oder eine Uhr. ist individuell. Ist eben selbst überlassend auch. Genau. So, vorletzte Frage. Hattest du auch schon extreme Downphasen auf deinem Weg? Oh. Die hatte ich heute Morgen. Ich wollte gerade sagen, also einen Weg ohne Downphasen, nein. Den gibt es, denke ich, nicht. Also das ist ein Schachbrett. Jetzt mal offen und ehrlich, so die letzten drei, vier Wochen, wo ich halt jetzt die Kunden und das alles so ein bisschen umgeswitcht habe, da war das jeden Morgen so. Ich bin jeden Morgen schlecht gelaunt aufgewacht, weil ich nicht wusste, ob das hier was bringt. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist menschlich, dass man irgendwo an sich mal kurz zweifelt und ein bisschen dann von sich selber genervt ist oder einfach schlecht drauf ist. Ich denke mal, das haben sie. Ich denke mal, Jakob, das hast du auch. Jakob ist hinter der Kamera heute. Filmt das hier heute. Für ein YouTube-Video, das jetzt, ja, wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt auf YouTube zu sehen ist. Ja, die letzte Frage. Wie hat sich dein Leben und dein Verhalten von damals zu heute verändert? Ja. Ja, auf was ist es bezogen? Ich nehme halt, ich bin viel reifer geworden. Ist ja klar, man wird ja älter. Aber gut, viele aus der Vergangenheit, die sind jetzt auch nicht reifer geworden. Die machen immer noch das, was sie halt mit 18 gemacht haben. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Aber ich finde so, ich habe das alles ein bisschen ernster genommen und auch, wie ich mich gebe und wie ich spreche und einfach, ja, gut aufzutreten. Sie haben Ihren Profit, sage ich mal, draus gezogen und jetzt nicht nur in finanzieller Hinsicht oder materieller Hinsicht, sondern in der Tat... Auch vom Netzwerk und vom Auftreten. Also Freymedia ist nicht irgendwie ein kleines Spielzeugbusiness, was da irgendwo im Hinterhof gestartet. Das ist halt nach außen, ja. Läuft. Genau, und ich würde sagen, das wäre aus meiner Sicht mein Abschluss. Außer Sie haben noch spannende oder gefährliche Fragen, dann bin ich bereit, dann noch kurz darauf einzugehen. Also generelle Fragen hätte ich jetzt keine mehr, Herr Rannisch. Ich danke mich vielmals für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Danke nochmal für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht. Es war immer irgendwo was Neues. Man kennt es ja nur vielleicht von YouTube, wenn man so vor der Kamera spricht. Aber so jetzt mal mit Ihnen drüber zu sprechen, weil Sie zum einen Kunde sind und wir kennen es ja schon auch länger. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Und ja, danke nochmal auch hier an das Team und an Jakob. Super Mitarbeiter. Und ja, hoffentlich bis bald und hoffe, dass jeder Zuhörer oder Zuschauer hier ein bisschen was mitnehmen konnte. Und bei Fragen darf sich gerne gemeldet werden. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rannisch. Ja, wie bereits erwähnt, wir kommen zum Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben. Die nächste Sendung findet in 14 Tagen am 11.8. statt. Ich freue mich, dann Frau Dragoman begrüßen zu dürfen, Leiterin des Tierheims Hanau. Bis dahin bleiben Sie gesund. Und ein freundliches Güle Güle wünsche ich Ihnen zu Ihrer Information. Güle Güle ist ein türkischer Abschießgruß und er bedeutet nicht etwa Kuhmist, sondern lächelnd sollst du gehen und lächelnd sollst du wiederkommen. In diesem Sinne, ja, bleiben Sie gesund und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Herr Rannisch. Toll, war Bombe. War richtig cool. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und ja, wenn du oder sie jetzt das bis zum Ende geschaut haben, vielen lieben Dank bei Fragen oder bei Interesse, vielleicht an einem Werbefilm oder an einer Kooperation oder Zusammenarbeit. Gerne melden unter www.framingnewsmedia.de und dann schauen wir, wie wir zusammenfinden und wie wir weiterhelfen können. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bitte den Kanal abonnieren und mach's gut.